Willkommen zurück zu einer neuen Runde. So und nicht anders. Das sind Profis, wenn 5 Leute um das Rüstungspaket stehen. Profis. Also es gibt hier 2 Luken, ich werde mal nach oben gehen und ja das ist das, du kannst hier halt nicht alles ringen wollen. Oh, noch eine, so ich habe jetzt glaube ich 4 Stück gemacht. Und mir rummelt bei mir das Bild gerade. Oh, stattdrech! Hat jemand einen Shotgun? Dann kann er eben hier die Wände eben aufschießen, bitte. Nein, hab ich nicht. Hier ist immer noch eine Drohne drin, ne? Aber wo? Oh. Mono! Was? Geh mal weg. Mono, wer schießt hier schon? Ich. Ich. Ist da jemand? Wo ist denn das dritte Dings, wo man runter kann? Ich weiß nicht, was du meinst. Da ist die dritte Luke. Ich will ja keinen Drucker fahren, aber hier ist eine Drohne drin. Was? Wo ist denn die dritte Luke? Keine Ahnung. Kannst du jetzt mal Ruhe geben? Wo ist denn die dritte Luke? Es gibt doch nur 2 in den Raum. Okay, dann habe ich beide mit einer Fall ausgestattet. Manne weg! Manne weg jetzt! Sind die schon runter? Alter, kraft die nicht. Kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Äh. Wo sind die? Unten. Wo da? Da nicht. Boah, war das schlecht! Die Popo schon ansagt. Oh, oh! Achtung, René, die Wand! Jupp. 3, 2, 1, da kann er nicht angehen. Na Popo, willst du vorgehen und sagen? Ich guck mal eben. Von links schießt einer das Ding auf. Jupp. Alter. Das kann er nicht angehen. Das kann ich nicht angehen. Wow, er hat durch die Straße raus. Bob, bist du tot? Ja, Ash hat mir auch eine gegeben. Ich weiß nicht, wie ich hier runter kommen soll. Ich weiß nicht, wie ich hier runter kommen soll. Ah, das ist... Der Winkel? Nee, man sieht es eigentlich schlechter. Ich finde, das sieht man wieder besser. Bei Nacht sieht man es besser, aber bei Nacht sieht man es besser. Und je nachdem, wie viele Staupartikel da sind. Ach, das läuft einfach nicht. Läuft einfach nicht. Läuft einfach nicht. Da ist noch einer. Da ist es schon da auch noch einer. Das muss ich nachladen! Nein! Nein! Haben eigentlich die Toten überhaupt Kameras geguckt? Ich guck Kameras. Ich guck Kameras. Ah, was ein Sprayer! Ah, Thermiker nix. Ähm... Das einer war da auf jeden Fall links vorne, ne? Also links an der Tür. Da direkt! Ah! Ja, jetzt habe ich ihn auch gesehen. 30 Punkte, was denn das für ein Lutscher da unten? Ich spiel gleich mit Swiss und Rene wieder Kniffel. Machen, äh, macht... Wir brauchen vielleicht ne Z-Shark-Zermite-Combo. Da hat er mich jetzt schon. Oh, ne... Hat sich erledigt. Hat... Hat Bob es schon. Achso. Oh, ne... Begeisterung, begeisterung! Ja... Ich habe wenigstens keine Frag-Granette, wo ich ne Geisel drücken kann. Ja, das machst du schon mit Fuse. Soll ich guck mal da, wo wir eben waren? Ja, die sind oben. Ich höre den Jammer. Okay, ich guck nicht da, wo wir eben waren. Auf der Treppe steht einer. Oben! Oh, da... Oh, hat der gerade den Jammer hingelegt. Ich bin gejammt. Mono, bist du gejammt? Ja. Den fahr ich da nicht hoch. Der hat den quasi mir vor die Nase gesetzt. Ja. Was mach ich denn jetzt? Ich guck Bob es zu. Bob, piss, 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 Bob, piss... Woa... Oh... Mach mal. Five seconds. Komm, fünf Sekunden hast ne... Oh, weiter... Einmal spotten für die Punkte. Aha, mein... Jetzt schnell weg. Wo ist René? Nee, Swiss, Gold, Swiss... Swiss, AFK. Nee, Swiss, ja. Kommt. Ähm... Wo ist er eigentlich lieber? Ja, wie machen wir's denn? Wie machen wir's denn? Du bist schlucht hier hinterher, einfach. Out of ammunition. Das ging aber schnell. Wissen wir immer noch nicht, wo das Ding ist, ne? Nö. Oben. Ich fahr nochmal. Du bist doch nur punktegeil. Direkt. Oh, scheiße. Man kann das nicht weg. Also wir... Ich weiß ungefähr, wo das Ding ist, aber so... Ach, verdammt. Okay, das... Achtung, hier ist eine drin. Bist du jetzt auch gejamt, wer da vorne ist? Äh, Achtung, Sarok. Ich mach hier mal eben auf. Guck mal. Da ist Valkyrie drin gewesen. Wirklich? Die war da eben drin, ist aber in meine Richtung gelaufen. Pass auf, sie könnte da genau sein. Da hat die Mensch gerade auch jemand rausgeschossen. Sag doch mal, wo! Hier. Mach mal eine Stücke, Mann. Warte mal. Hast du eine Drohne? Ja. Also hier um die Ecke ist jetzt gerade niemand. Hier oben bei mir war einer. Geil. Ah, hier hinten rechts in dem Raum. Siehst du meine Drohne? Ja, ja. Ich gucke, da war einer. Da rechts von? Ja. Ah, der ist gerade wieder nach rechts gegangen. Ich guck mal hier drüben noch. Also ich sehe momentan sehe ich in dem Raum nix. Spontan. Ich sehe nix auch in diesem Raum hier. Du bist spattet. Uncool, ich wurde gespattet. Nicht Anki. Ich freu. Wapis, kannst du gucken, wo die Kamera ist? Ja. Da. Hast du gewonnen. So. Valkyrie, Valkyrie. Warte weg. Down. There. Ja. Achtung, einer ist outside. Der ist nach vorne. Der geht hier scheinbar außen rum. Der kommt doch gleich wieder irgendwo bei uns. Achtung, wo er ist. Lebst du noch? Ja, ja. Der kommt irgendwo bei dir. Mach mal. Holt ihn sich einer? Oh, ich hab's richtig verkackt. Ja, das stimmt alles. Ich kann nachkommen, oder? Ey, lass mich nicht jetzt aufhalten. Wir haben noch ein Objective. Jetzt ist er tot. Nice, ey. Wir haben genug abgedreht aber. So, versuchen wir's nochmal. Ach, Leute. Warte. Boah, was? Warte, sind die da irgendwo? Ich hab noch 23. Warte, ich fahr nochmal Drohne. Ja. Du willst mich doch verarschen, ey. Drei Leute sind das noch. Panikgang mal rein. Dann da. Warte, 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 warte. Ich hab den Raum lesen. Da kann nicht sein, dass ich da nicht getroffen habe. Ja, hab ich mitgekriegt. Das ist der Bandit, der hat noch ungefähr... 30. Warum wird der nicht getroffen? Warum schreibe ich jetzt? Ja, das... Könnte das Problem sein. Da, Achtung, der kommt da links. Links, 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 links. Rechts, 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 rechts. Da, wo das Symbol ist. Ich dachte, der kommt da durchs Fenster. Aber der geht nicht drauf. Hier ist in dem Raum, in dem Raum ist der. 35 Sekunden, Leute. 35 Sekunden. Ach, du bist der letzte. Du hast noch 35 Sekunden. 30, meine ich. Drei? Ja. Zwei. Jetzt... Jetzt vier. Du bleibst in die falsche Richtung. Was machst du denn da? In der Mitte von... In der Mitte von den Ganzen. Sag doch mal an. Dahinter vielleicht. Dahinter. 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 Jetzt reicht's. Jetzt. Oh, shit. Den hab ich gesehen. Der knells die schon wieder. Der macht immer den Last Shot hier. Der wird already spotted. Okay, da wäre ich nicht gestorben. Wenn ich durchgelaufen wär. Ja. Verdammt. Da waren die ja komplett woanders als auf dem Spot. Scheiße. Den Blitz, den ich die ganze Zeit gesehen hab, der war ja da hinten. Da hab ich den einen da eben auch nicht gequältet. Das gibt's gar nicht. Ja, jetzt hatte ich aber auch dieses Kompetenzproblem. Ne, aber so... Weiß ich nicht. So daneben hab ich gar nicht geschossen. Ja, ich auch nicht. Da stand ein Meter vor mir. Ja gut, das war nicht so... Also er war bei mir schon weiter weg, aber... Da hab ich meine Voting gemacht. Das ist der gleiche Raum, glaub ich. Ist der gleiche Raum, oder? Ne, ist ne andere Raum. Ne, ist ne andere Raum. So, Leute. Wir können verstärken. Die Wände... Du kannst auch nur nachreden. Ne, ist ne andere Raum. Ich hab gedacht... Was ist das? Oh, Mann. Drei Drohnen hab ich. Nice. Und er schraubt seine Punkten nach oben. Ey, was ist denn mit René los? Der ist doch da so mein Erster. Kann er nicht angehen. Ach, verdammt. Das kann man nicht sehen. Ja, weiß ich auch nicht, was da los ist. Das kann ich nicht mehr im Spiel. Ach, bin jetzt raus. Oh, Leute. Popo. Ich bin Dohle. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Ich hab nur noch 48. Cool, wenn ich dir jetzt in Fuß schieße, hast du dann nach mir 50. Warte mal, bleib mal stehen. Nee, 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 nee. Achso, warte, ich bin Mute. Verdammt. Scheinbar hat da jemand gepennt. Kann jemand die Drecksmusik hier ausmachen? Nee, 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 nee. Ich weiß gar nicht, ob da gut steht, aber... Das ist wie bei uns im Dönerladen. Da kannst du nicht drinnen essen, weil die Musik, die hält keiner aus. Was sind? Kommen welche hoch? Wo? Ja. Bei dir. Aber die sind jetzt aufgedacht, ganz hoch. Da sind die jetzt. Kommen wir hin. Achso. Man hat vorm Haupteingang... shuttle rennen. Ich hab lacht, fand ich das zu Beginn. Mono, du hast erst zwei geworfen, äh, René ist, äh, Mono, bei dir, ne? Ja, der ist in dem Raum noch. Ja, doch. Ich weiß nicht wo. Ja, René ist bei dir gerade gestorben. Da kommt einer rein. Hänge! Ja, hier ist halt auch die Tür auf. Nice, Bobo. Bob ist, Bob ist covered mich. Ich gucke Kameras. Also Tür kann ich, ich sag dir Bescheid, wenn jemand durch die Tür geht. Bei mir? Also der war hinten durch. Also gerade durch Richtung Zarok praktisch. Den hab ich gemacht. Ich bin auch schon durch. Ich weiß nicht, ob das der bei René gemacht hat. Jim Jiminey, Jim Jiminey, Jim Jimjuru. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal. Okay, ich bin aus der Kamera raus. Ah, hier passiert nichts. Ich duck mich. Ja, ja. Ich geh wieder in die Kamera rein. Ach, deswegen hat der Popo einen Kill gemacht. Der hat es wirklich gecovert. Also bei Mono sehe ich nichts. Und bei Zalrock, den sehe ich auch nicht. Mono, hast du noch Cameras? Wir sind ja am selben Raum mit Zalrock. Eine. Da ist einer, wo du rechts praktisch den langen Gang Richtung Treppe, weißt du, mit der, mit der, die letzte Cam, die du geschmissen hast, da kommt ne Drohne rein, da kommt ne Drohne rein, guck nach rechts, ist jetzt Du bist direkt unter deiner Cam, kommt jetzt zu dir, nicht in den Raum, doch, jetzt kommt sie zu dir in den Raum So, ich sag dir, ich sag dir, er kommt, zwei Leute, oh du bist getroffen, ja, 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 okay, zwei Leute sind da im Gang, warte, ich markiere, da ist der eine und der andere ist auch da im Gang Der bewegt sich kaum, der ist immer noch, der ist immer noch an Mark, der ist immer noch auf Mark Nicht pushen Okay, jetzt ist die Cam, jetzt müsste die Cam weg sein Weil ich knall den Popo gleich Ach, der René kann ja auch gucken, ne? Ja Warum mach ich das eigentlich die ganze Zeit Ey, guck mal, Popo macht die Tänzchen zur Musik Der eine ist jetzt da oben in dem Raum, wo Mono gerade war Ich guck hier in die Tür Mono, bis genau außenrum gehören Oh Alter Meine Schuld Ich guck nicht mehr Tür, ich guck Tür Wenn wir das verlieren, ist meine Schuld Robes, guck zu rechts, das Loch Oh, wo hat er mich hier gesehen? Ist der nach unten oder oben? Oben Oben Taro könnte Probleme kriegen Fack Der ist genau Das der erste Schuss aber auch nicht gesessen hat Fick dich doch Im Raum Da ist noch einer reinkommen, sind zwei Stück Ja, die sind reingekommen Ja, die sind reingekommen Der war tatsächlich, dass das Mono draufgegangen ist, das war meine Schuld Da ist, habe ich auf Popo geguckt und wollte den Kabinen des Geistes gehen Werde ich aus dem Augenwinkel, da ist ein Schemien vorbeigelaufen Ich drehe mich um Ja Hälfte des Leben aus mir Gut Jetzt hast du nicht mal gekillt, hab ich So schlecht Vielen Dank fürs Zuschauen Bis morgen Tschüss Tschüss